In der letzten Folge hat Kevin mit seinem Billig-Hack-Client versucht, mich aufzuhalten, aber ich hab ihn natürlich weggefegt. Ähm, und jetzt will er doch irgendwas anderes machen. Also, los! Woo! Nein, Kevin! Ach, du Scheiße. Was ein Scheiß-Hacker! Ja, macht sie nix. Ah, jetzt musst du was machen! Ja, wo soll ich denn das wissen? Wir haben das! Woo! PvP-Skills! Ey, ganz ehrlich, es ist doch nicht sein Ernst. Das ist so ein Scheiß-Cheater, der Kevin. Gib's ihm, Bane! Woo! Woo! Ja! Er hat Hex! Ja, ganz ehrlich, da kannst du auch nix machen. Weg! Nein, Bane, es ist nicht! Ach, Kevin, halt doch dein Maul, Mann, ganz ehrlich. Ich finde, die wir verbannen sollen, aber nein! Halt den Maul! Halt den Maul! Er kann... Er kann's nicht mehr auffallen, Kevin, mein Gott! Du bist so ein großer Hacker geworden! Du bist so ein großer Hacker geworden! Oh nein! Oh nein! Kevin wird jetzt gebannt. Hey, wir haben ganz ehrlich, ich wirf doch mal den Scheiß-Krank, Mann! Go! Ah! Boom! Natürlich! Kevin wird beim Hacker erwischt und verpisst dich, natürlich! War klar! Ah! Oh, komm her! Thanks, ich rette dich! Ah, eh! Woo! Ha! Das ist Takayashi, das große Ding da, okay? Oh, komm her! Du hast mich doch, ja, in der Maul kommt das Kinn! What are we waiting for? Perfect Storm! Fusswagicic! Die stecken mit Takahishi unter einer Decke. Ach du Scheiße. Oh Mann. Ey, das ist echt ein richtig übertriebener Heck, ganz ehrlich. Das war klar, Francois. Los, Mädels. Alles klar. Sie können sich. Los. Herr Fein, komm mit. Er sieht eigentlich mehr aus wie Rewe, aber er helft Lukas. Nein, Andy. Komm mit. Ich lasse dich nicht los. Wir wurden zusammen vergewaltigt. Oh wow. Oh, dankeschön, Banks. Gebe halt jetzt ein Fortress, ne? Das wird bestimmt nix für... Ey, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, Pepe, ne? Ja, well, now we're even, right? Woo! Ach, du Scheiße, Predator. Ah! Ah, ist zu viel Angst. Cool. Nein! Ja, okay. Wir haben's geschafft. Wir sind Takaichi entkommen. Ach du Scheiße, Alter. Ah! Ah, eh! Was? Ich hab doch eh gedrückt, Mann. Bin ich behindert. Okay. Los! Äh, ich geh mit meinen Freunden. Nein, ich geh mit die Kuh. Nein, ich geh mit meinen Freunden. Aber jetzt bin ich mit die Kuh gegangen. Egal. Wuhu! Naa! Ehh! Go, go, go! Ach du Scheiße. Ihr ausrastet. Ah! Tentickeporn! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Was müssen wir jetzt enden? Ach, ich hab hier noch ein FNS. Boom. Rein, rein, rein! Nein, Banks! Ah! Ehh! Ah! Komm mit! Ich kann dich nicht hier zurücklassen! Ehh! Ja! Gerettet! Du Scheiße! Die werden alle gereckt! Jetzt muss ich deine Scheißarbeit machen. Das ist dein Ernst! Oh, was ist das? Du willst mich? Ah! I believe in you. Take the Amulet. Take it through the board. Danke sehr! Fick! Aha! So, Jungs! Ah! Ah! Boom! Als ob wir das hinten können! Der Dübel zieht! Weg! Ah! Okay, anscheinend können wir das doch. Stay here and do whatever I can! Go on, Jesse! Go! Get through that portal! Ich lasse dich zurück, Andy! Andy! Go through the portal! If anything happens, I'll meet you guys at the temple! Ja, meinetwegen! Nein! Nein! Der Weib! Wen retten wir? Tida! Ach du Scheiße! Okay, jetzt haben wir Banks zurückgelassen. Vielleicht. Nein! 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 Als ob... Aber das hätten wir nicht hinkriegen können, oder? Oh, wow! Ah, ziemlich tätig hier eigentlich. Nein, ich möchte darüber lieber nicht reden, was gerade Banks passiert ist. Machst du nix, ne? Oh, nee! Keine Ahnung, man, die ist tot, ich weiß so nicht! Get out of my way! Hey, there she is! Oh! Come on! Come on! Kevin! You again! Und Tendicle Boy! Alles klar! Na, was? Wie soll ich so schnell reagieren? Oh, wow! Toll gemacht! Toll gemacht, Pepe! Kevin! Ey, so was soll ich mein Gott! So, Jungs! Gekommen und wir jetzt! Bäm! In die Fresse! Der wird gleich richtig gekrättet. Ich hätte ihn einfach bannen sollen vorhin, ganz ehrlich. Petra wird es schaffen, du kleiner Bastard! Ich bin nicht mehr, um es zu machen. Ich bin nicht mehr, um es zu machen. Ich bin nicht mehr, um es zu machen. Du bist über deinen Freund. Du bist über deinen Freund. Du bist über deinen Freund. Es ist sehr glücklich. Du bist immer wieder zu sterben. Du bist sehr schnell. Ey, ganz ehrlich, Kevin, halt doch einfach mal dein Maul, ja? Der Dad, du hast doch das ganze scheiße Ei gebrochen. Warum sollen wir den nicht einfach töten? Das war ein Gas, oder? Erst noch ein paar Drugs, Tagen. Ach, du Scheiße. Oh, wow. Lauf! Das ist ein Targeter. Ah! Weg! Toll gemacht. Wirklich toll. Rein da. Und lauert. Achterbahn! Oh. Krasser Shader. Oh, shit. Ja, das ist ein Lot von Lava. Und Feuer. Und andere Dinge, die können dich zu sterben. Oh, nein. Oh, das ist ein Drop. Oh, shit. Hände in die Luft. Oh, crap. Huu. Wuh. ghosts. Ey. Mit dir die Hände in die Luft mal, sonst funktioniert das nicht. Didi, didi, didi. Okay. Das war's. Ich finde es lustiger Wenn wir uns den Kopf anschlagen Das war extra gerade Hebe, hebe, hebe Oh wow Ach du Scheiße Hey Lass ihn in Ruhe So Jungs, jetzt gibt es die Kombo Pingschelle, dein Leben Oh nein, der Tag ist er wieder Runter Boom Zack Zack Pingschelle Pingschelle Was Yeah, yeah, yeah That kind of cheater Boom Down GG Well, gas are officially crossed off my to see list, done with the gas, never need to see them What the crap Hey man I wanna touch this guy Oh Easy Easy Ah, war ganz easy, wenn ich ehrlich bin Ruben 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 Yeah Das ist, äh, das war peinlich Das ist ja mal die Periode, Schätzchen. Ja, das reicht. Los. Go. Ja, geh doch. Ich geh vor, ey, ganz ehrlich, mein Gott, learn to play. Too easy for me, Jungs. Ich werde kurz raken, Mom. I'll see you guys on the other side, I guess. Be careful. Thanks, Jessie. De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Woo! Ooh, magic. Oh, wow. Schon wieder die ganzen Noobs, mein Gott. Boom! 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 Get on my level. Die und die und die und die. Angel-Kombo. Huah! Und jetzt gehen alle einfach rein, obwohl sie gar nicht wissen, ob wir vielleicht tot sind. Alles klar. Muss hier irgendwo sein, Jungs. Lass uns einfach ein bisschen suchen, ganz ehrlich. Nervt mich riesig, der Typ, ne? Ja. Das war's, was ich dachte. Ah, ich war mit dir, also... Ich weiß nicht, was du sprachst. Wir müssen... Uuuhh... Shelter. Shelter. Ich wollte sagen, Shelter. Ich sage, wir bauen ein Trierhaus. Das dauert immer. Und wir werden es entzündet, während wir es machen. Wir brauchen nur einen schnellen, schraubigen Hut. Aber, was auch immer es ist, wir müssen es schnell machen. Was? Mh... Ja, lass uns doch einen Bauhaus bauen. Nöte ist viel zu... Dings. It's functional. It'll keep us out of danger. Cook, hab ich doch gesagt. Alright. Fine. Let's get started, then. Let's get started! Oh, ich hab gedacht, jetzt dürfen wir wieder Q-Spam. Oh, dankeschön, der Weif. Ich hab's gefallt. Jetzt wird schwarz. highly странen Jawoll! Herr, i'm going to wake up with a Spider on my face. I'm gonna expect you, to deal with it. Lower your expectations, Axel. Well, maybe, if we'd built into the tree a little bit more, it could have... Never, it's, that's all right. It's... this is fine... Mh... Default-Texture-Pack. Noob. Wie lange war ich schon in deinem Arsch? Ja, wenigstens sind sie noch warm, aber auf ne komische Art und Weise. Und kein für, für, für Lukas. Bekommst kein. Hehe. Hahaha. Hm, da waren ein paar Haare dran, ne? Ja, das ist die Hühner, mein Gott. Ich bin ein bisschen positiv, ja? Ganz ehrlich. Ja, das ist die Hühner. Nein, wir sollten moping. Das ist genau das, was wir sollten. Axel. Ich bin richtig, richtig? Vielleicht. Aber sie wird gut sein. Was macht dich das? Sie muss sein. Hey, ganz ehrlich, Lukas, ganz ehrlich, er will nur helfen, mein Gott. Jetzt halt mal den Maul. Boah, halt doch mal die Luft an, Bro. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Oh. Chäme beide ein bisschen, Jungs. Ich hab noch ein Joint. Drop it. Ey, jetzt hör doch mal auf, Mann. Boah, was ein Spaß das ist. Bleib doch einfach bei uns, mein Gott, Junge. Was ist das für ein Mädchenkrieg? Ja, das ist ein guter Plan. Geht das Feuer dann nicht aus, wenn es anfängt zu regnen? Just saying. Boah, der Shader ist geil. Ich weiß gar nicht, ob es die Blätter überhaupt gibt, da. Da, oben links. Also, okay, da ist meine Facecam drüber. Da, also diese Blätter da. Die da. Ah, das ist wieder meine Facecam drüber. Ihr wisst schon, diese Blätter da. Äh. Alles okay, Lukas? Da, die Blätter da oben, da oben rechts. Da, da. Die gibt's doch nicht in Minecraft, oder? Thanks for being so cool about it. Cool beans. Ich bin halt cool, ne? Ich bin halt cool, ne? Hey, there's something over that way. What is it? Some kind of building, I think. Let's get a closer look. Klettern, 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 klettern und Schwert equipen. Woo! Ah, das ist doch das Amulett. Worauf warten wir noch? What are we waiting for? Feilschaden. Wir hätten da so echt Feilschaden nehmen müssen. Bisschen runtergekommen, wenn du mich fragst, dafür, dass sie irgendwie noch leben. Holy crap, heiliger Bim-Bam, alles klar. Let's go in and find out. Let's just all be careful. Okay. If you spot anything, call it out. We don't have a lot of time. Isn't it? Woo! Was befindet sich in dem geheimen Tempel? Werden wir es schaffen mit unseren Kopanen? Will Lukas sich wieder einschießen? Will Axel sich beruhigen? Was wird passieren, meine Freunde? Das frage ich mich auch und das fragt ihr euch hoffentlich auch. Und wir sehen das wahrscheinlich in der nächsten Folge von Minecraft Story Mode. Bis dann. Tschüss! In der letzten Folge sind wir zu einem vergammelten Keller reingegangen und jetzt gucken wir uns an, was da drin ist. Woo! Die sehen echt aus wie Gesichter. Okay, nein, dann trinke ich nicht. Okay, alles klar. Hinter mich, Jungs. Ich hab das. Seht euch diesen Arsch an. Ey, dein Ernst? Alles klar. Äh. Woo! Ah, weg! Was? Ich hab doch gedrückt! Runter! Rechts! Nee, links! Woo! Ich kann auch so entkommen. Ja, irgendwann gehen die Pfeile doch eh aus, oder? Ja, dann können wir doch einen Bogen machen, oder? Let's see. I've got some Flint and Steel. A sword. Oh, and some String from a spider that I fought in the woods earlier. String, Sticks, Flint and Feathers. Dann lass doch einen scheiß Bogen machen, Jungs, Alter! Dann können wir die Kacke Bow spammen. Äh, nee, warte. Strings. Damn. 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 Woo! Tja. Nice. Okay, und jetzt machen wir uns noch so'n, jetzt machen wir uns noch so'n Pfeil. Dann geben wir dem den übelsten Bow hit. Woo! Let's do this. Let's get ready! Boom! Volltreffer. GG. Jawohl, Jungs! Wir haben's geschafft. Hoffe ich. This must be their Enchantment Room. Haben wir überhaupt Level? Doesn't this look like I was green green green? Vielleicht können wir uns dann was Neises enchanten, Bros. Alles klar. So, nee, Lukas, mit dir rede ich nicht. Ähm. Gucken wir doch mal, was es da gibt. Oh. 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 The battle was fierce, but the order of the stone emerged triumphant, saving the land and ensuring that peace and prosperity would reign forever. Well, not exactly forever. These five members. Five friends. Together. Fünf Freunde. So much to gain their rightful place. Oh. Nicht Kevin. Nein. Was, eine Wendung? Das erklärt einiges. Ja. Kann man's doch denken. Man, ich kann's nicht glauben, dass du einen Mitglied der Order der Stone hattest. Das ist so... verrückt. Der Order könnte nicht sein, was wir glaubten, dass sie waren. Aber Petra ist noch da drin. Das Monster ist noch da drin. Jesse ist richtig. Wir müssen uns auf was wir hierher machen. Keine Ahnung, lass doch mal nachgucken, oder? Olivia, ha? Woo! Go! Now, this is cool. Wow. Nice. Oh, was ist die Karte? Gabriel said that once we find the Temple, the Amulet would lead us to the Order of the Stone. Well, what are you waiting for? What are you waiting for? Diding! Is something supposed to happen? Well, that was a lot, Darren. There's gotta be something missing. Seine Taschenmuschi. Deine Flashlight, meine ich. Alles klar. Dann gucken wir uns nochmal die Karte an, weil die Karte sieht interessant aus. Kein Bock mit Axel oder Dina zu reden. Go! Alles klar. Ja, Lucas, hast du noch irgendwas in deinem schlauen Buch gefunden? Find anything interesting in that book? The only thing I found so far is that the Amulet was used to track the positions of the members of the Order. And does it mention how? It's less technical and more historical. Hm. Alles klar. Gucken wir uns mal hier das an, das Podest. Vielleicht müssen wir es ja da hinlegen, oder? Ich weiß nicht. Ach! Dann machen wir es mal da drauf, oder, Mädel? Ja, und jetzt? Und jetzt? Ah, warte. Und jetzt? Ah, da ist ein Schalter, da ist ein Schalter. Okay. Boom! Dididim! Haben wir gerade jemanden getötet? Haha. Ach, das ist ein Rätsel! Lass einfach alle umlegen, oder? Ah, meine Herren. Wie ich Rätsel liebe, ne? Okay. Nein, das muss wieder da hin. Mein Gott! Ah! Ah! Okay, das ist schon mal gut, oder? Nein! Äh, äh. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber okay. Ja! Keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber... Okay. Also, was auch immer das ist. Laserpointer. 10 Euro bei Ebay, jetzt in der Beschreibung. Es... muss ein Überwachungssystem sein. GPS! 2,5 und 6,5 ist das. Es wird uns irgendwas sagen. Es wird uns auf der Ebene. Wenn es nur zwei Hörer sind, dann wissen wir, was wir tun müssen. Der Widersturm ist immer noch da. Wir wissen, dass Gabriel versucht, uns etwas zu erzählen. Wir müssen uns finden, die Ordnung der Bühne. Aber es sind nur zwei Widersturm. Es sind nur zwei Mitglieder der Ordnung der Bühne? Ey, Lukas, komm doch einfach mit, bitte. Wir brauchen dich! Wir brauchen Flachwitze, Lukas. Bitte! Nein, es ist nicht... Ja, die kann ich nichts. Nein, das ist das. ehrlich. Ich glaube, er hat echt recht. Ja, ja, wir gehen zu Magnus. Weil der kann wenigstens was zerstören. Ich bin der Boss. Ja, würde ich sagen, geht's los, ne? Oh. Oh, ach, das war's. Okay, das nächste Mal beim Minecraft-Story-Modus. Also so geht's jetzt weiter. Dann. Äh, okay. Okay, nur 50% haben den behalten. Hast du Lukas gerettet oder Gabriel getötet? Ja, ich hab das richtig gemacht. 61% haben Peter geholfen? Ja. Zu gehen? Ja, ich hab ihn geholfen. Zu gehen? Hast du dich entschieden, zuerst Elegart oder Magnus zu suchen? Oh, okay, da war ich anscheinend nicht so gut. Alles klar, ich war eigentlich im Prinzip relativ durchschnittlich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Weiter. Und jetzt? Geht's jetzt weiter? Alles klar. Okay, Leute. Äh, das waren jetzt nicht ganz zwei Stunden sogar. Das war sogar ein bisschen weniger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt mein allererstes Let's Play auf diesem Kanal, glaube ich. Ich hab schon mal eins gemacht. Das hab ich dann aber abgebrochen. Borderlands 2 war das, weil... Hat sich keiner angeschaut. Ähm, ja. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch eine Bewertung da. Wollt ihr, dass ihr auch noch die nächste Episode spielt? Habt ihr Spaß daran gehabt? Schreibt's in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Hier kommt heute der langweilige Abspann, aber... Ja, das Video ist ja eh gleich vorbei, also müsst ihr euch den nicht angucken. Ähm, jo. Und ich würd sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Oder später wieder bei einem normalen Video. Na, ich glaub, ich weiß es nicht. Ich glaub, ich bringe Minecraft Story Modus eher ein bisschen später. So als Einschlaf. Dings. Ihr wisst schon Bescheid. Ähm. Ja, und dann würd ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei nem normalen Video. Und dann vielleicht auch wieder bei Minecraft Story Modus. Je nachdem. Alles klar, meine Freunde, würd ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Werden wir Magnus retten? Werden wir Lukas retten? Oder, keine Ahnung, oder Petra oder so? Das werden wir nur erfahren bei Minecraft Story Modus. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.